Schöne, schöne Frühstücksterrasse im Standard Hotel. Einfach nur mitten im Downtown und eine kleine grüne Oase. Heute Nachmittag werden wir euch noch den ganz, ganz tollen Pool auf der 17. Etage auf dem Dach zeigen. Das ist gleichzeitig ein Glück. Das ist so genial. Bloß keiner da außer uns. Bitte? Bloß keiner da außer uns. Das ist doch cool. Wir haben irgendwie alles für uns alleine. In Pantschpolizein Wirkung für uns alleine. Wir haben hier die Frischungsterrasse. Wir sind ja auch wieder sehr früh. 11 Uhr. Da ist man im Downtown ja schon zum Mittag. So und heute gehen wir in The Dancer's Paradise. Weil hier gibt es Very Fine Dance Schuhe. 300.000 Paar Tanzschuhe auf Lager. Und BIP Coupon. Buy one get one pair free. So kommt mal mit. So kommt mal mit. So kommt mal mit. So kommt mir mal mit. So kommt mal mit. So kommt mal mit. So kommt Lager und Pul女. So kommt mal mit. Ich hab mich in den Piaressive настолько auch gegeben, und ich mich heute sogar mit drinstecken. So kommt mal mit. Das hier ist ein Bereich der Dachterrasse des Standard Hotels. Wir gehen jetzt mal langsam um und schauen uns die verschiedenen Bereiche an. Ihr seht Dayvents, Sonne, meine Farbe, Lila. Dachterrasse, Part 2, Tanzfläche. Ich bin zu leicht. Ich bin zu leicht. Ich bin zu leicht. Ich bin zu leicht. Das ist ein kleiner Minimeamer, mit dem abends, wenn es runde wird, von hier aus, an diese Häuserwand Filme projiziert. Das heißt, abends, nachts, dunkel, drink, wie immer. Geile, bitte. Na, Julia? Super. Alles super. Schuhparade aufgeführt. Straßenschuhe, die zwei Mädels mitgebracht haben, sind ganze acht Paar, inklusive Flipflops und Birkenstock. Kleiner Schwenk und das ist jetzt hier unsere Tannenschuhparade. Irgendwie mehr Tannenschuhe als Straßenschuhe.